So Leute, ich bin Hans Entertainment, Disziplin Nummer 7, Hochsprung, probieren wir es, ob ich bei 90 noch drüber komme. Wünscht mir Glück, in diesem Sinne, hoch die Beine, Sport ist nicht das meine. Versuch Nummer 2, hoch die Hände, ach scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Eigentlich möchte ich gerade so liegen bleiben. So Leute, Versuch Nummer 4, hoch die Hände, hoch die Hände. Kennt ihr den Moment, wenn die Glücksmomente auch schon bei 80 cm beginnen? So true.